Company of Crime spielen wir jetzt. Das ist eine kleine Zeitreise. Wir springen jetzt rein in die Swinging Sixties nach London. Da leben Rundentaktik, Brügeleien. Das Spiel ist gerade erst erschienen am 8. August. Jetzt ist der 9. Twitch-Livestream. Aufzeichnung nachher auf YouTube. WB Writing Bull. YouTuber und Twitch-Streamer und spezialisiert auf aktuelle Strategiespiele. Führt einen vorrangigen Fable für Rundenstrategiespiele. Finde ich immer sehr cool. Viel XCOM auch gespielt. Mit XCOM ähnliche Spiele und das ist vom Spielsystem ein bisschen ähnlich. Hat eine Strategieebene, wo wir in London in den 60er Jahren sind. Mit einer kleinen Gruppe von Gangstern beginnen, eine Gang aufzubauen. Zuerst in einem Stadtbezirk beherrschen, dann den nächsten mit Ressourcen hantieren. Versuchen Respekt zu bekommen, Einfluss, Geld und Waffen. Und uns dann in gepflegte Rundentaktikkämpfe stürzen mit unseren Leuten. Es gibt vier Klassen von Kämpfern. Und eine ganze Menge Abenteuer zu erleben. Da schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie das Spiel funktioniert. Vorab noch ein Hinweis, falls ihr euch das Spiel eventuell holen wollt. Ihr findet auf YouTube in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Und Twitch wird das gerade live gepostet. Ein Link auf die entsprechende Shop-Seite bei Gamesplanet. Das ist ein Keyhändler. Da habe ich einen Gutschein für euch. Dadurch geht vom ohnehin reduzierten Preis von Company of Crime ein paar Prozentpunkte runter. Von dem, was an der Kasse steht als Preis, gehen 5% runter. Funktioniert zusammen mit einem Gutscheincode von mir. Zusammen mit diesem Shop-Link. Und läuft bis ungefähr Ende August. Reinen Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt ein Spielfeature, die ganze Zeit schon im Ohr hat. Das sind diese Ohrwürmer. Das klingt echt zauberhaft. Das ist der richtige Beatnik-Ton aus London, aus der Zeit. Wir gehen rein, spielen mit Tutorial. Entwickler kommen uns nicht aus Finnland, sondern aus Finnland. Finnische Entwickler. Und wir legen mal los. Es gibt zwei verschiedene Kampagnen. Es gibt die Verbrecher-Kampagne und es gibt die Polizeikampagne. Letztere wird erst dann freigeschaltet, wenn man das Tutorial gespielt hat. Und das wiederum kann man nur spielen zum Beginn der Verbrecher-Kampagne. Ich habe das schon gespielt, deshalb werden uns beides angeboten. Wir legen mal mit den Verbrechern los. Clearwater Twins. Die Zwillinge aus Clearwater. Das ist die kleine Gruppe, die wir gleich beginnen werden. London, 1. Juni 1964. Die Heimat der Rockmusik, der Mini-Rocker und der modischen Autos. London ist der Inbegriff des Coolem. Dabei kommt der Jugend mit den Piraten-Sendern und Mode-Statements eine besondere Rolle zu. Mods, Rocker, Lemonheads und Rootboys träumen von einem sorgenfreien Leben. Doch der Reichtum ist nicht gleichmäßig verteilt und vielen bleibt nicht genug zum Leben. Ellie und Nate, die spielen wir, die Clearwater Twins, sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im armen East End aufgewachsen. Sie hatten es nicht einfach und gerieten immer wieder mit anderen jungen Menschen und mit dem Gesetz in Konflikt. Doch jetzt wollen sie sicherstellen, dass sie den Respekt und Reichtum bekommen, den sie ihrer Meinung nach verdient haben. Sie befinden sich auf dem besten Wege, die berüchtigten Clearwater Twins zu werden, die Zwillinge aus Clearwater. Hauptmechaniken werden rechts erklärt. Vergrößere die Furcht und den Respekt der lokalen Bevölkerung vor dir, um deinen Einfluss auf ein Gebiet zu festigen und die Möglichkeit zu erhalten, neue Stadtbezirke zu erobern. Übernimm die Kontrolle über Geschäfte, um mehr Ressourcen zu erhalten, deine Crew zu verstärken. Vernichte andere kriminelle Fraktionen, um über das gesamte organisierte Verbrechen zu herrschen. Würden wir die andere Kampagne spielen, die mit der Polizei, dann läuft es ein bisschen anders. Wachtmeister werden von uns angewiesen, verdächtige Orte zu finden, Beweisstücke gesammelt, sammeln wir, führen Razzien durch, bei kriminellen, verhaften die Drahtzieher. Aber der Kern des Spiels funktioniert ja genauso, dass sie mit dieser Runden Taktikkämpfe wurden. Vor allem mit blanken Fäusten, mit Stühlen, die man den anderen über den Schädel zieht, mit Flaschen, mit gezielten Dritten in die Weichteile, mit Überwürfen und mit anderen Tricks, die Leute versucht auszuschalten. Wir gehen aber rein in die Verbrecher-Kampagne, spielen gemeinsames Tutorial. Es gibt, ihr seht es hier, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, Kinderspiel, stinknormal, übertrieben schwer. Die meisten werden es normal spielen, das machen wir auch, dann bekommt ihr einen Eindruck davon, Widerspielen funktioniert. Auf geht's, viel Spaß. So geht's los. Wie spät ist es eigentlich, Nate? fragt unsere Ellie. Kurz vor Mitternacht, leider nicht vertont. Schade, aber kleines Entwicklerstudio, kleiner Publisher und schwimmen halt nicht in Geld. Im Vergleich zu XCOM, das Spiel hat ja viele Mechaniken, ähnlich wie bei XCOM, vor allem bei den Runden, Taktikkämpfen, aber auch im Interface, in der Bedienung auf der Karte. Hauptunterschied natürlich die bombastische Inszenierung von XCOM. Aber da sind auch riesige Entwicklerteams dran beschäftigt und ganz viel Geld steckt drin. Das Spiel versucht anders zu punkten, ist doch nicht ganz so teuer. Kurz vor Mitternacht, er sollte den Laden jeden Moment schließen. Wir versuchen an erstes Spielgeld heranzukommen. Denk an den Plan. Sobald er rauskommt, stürzen wir uns auf ihn, schlagen ihn bewusstlos. Dann stehlen wir so viele Juwelen wie nur möglich und fliehen durch den Hinterhof. Bist du bereit, Ellie? Seid ihr bereit? Ich bin's. Mehr als bereit. Ein schnelles Rein und Raus und wenn er zu sich kommt, sind wir schon über alle Berge. Auf geht's. Da hinten zwei Leute leider. Ein Bediensteter und der Juwelier, der Ladenbesitzer. Du kannst hinter dir abschließen, sagt der Juwelier und nach Hause gehen. Ich bleib nur eine Weile und sehe mir die Bücher an. Rausmarschieren. Einen weiteren Nachteil seht ihr, die Animationen insgesamt fast drin steckt. In 3D-Animationen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht, da steckt auch nicht so viel Kapital drin. Anders sieht es aus mit der Spielwelt, mit der Inszenierung, also Musik und Texturen. Auch die vielen kleinen Objekte, die ihr in den verschiedenen Läden gleich sehen werdet. Das ist sehr liebevoll gemacht und das erzeugt wirklich das Flair dieser Zeit. Das Flair von London, aber auch bei den 3D-Animationen sieht man weniger Geld. Stand der Entwicklern zur Verfügung, die kommen von einer anderen Ecke her. Die versuchen halt mit einer frischen Spielwelt und mit einem Szenario, das man so noch nicht erlebt hat, zu punkten. Luft ist rein, los jetzt! Spiel wird erklärt. Es gibt zwei Aktionspunkte für jeden Charakter und jede Aktion verbraucht eine. Es gibt allerdings, das sehen wir auch gleich, die Möglichkeit direkt zuzuschlagen. Manchmal geht das und dabei keinen extra Bewegungspunkt aufzubrauchen. Der Reihe nach. Grundsätzlich läuft alles mit zwei Linksklicks hintereinander. Mit dem ersten Klick sagen wir dahin bewegen und dann noch einen zweiten Klick, der die Richtung anzeigt. Das heißt, wir laufen jetzt mit Nate einmal hierhin, einmal klicken und jetzt, wenn ihr, seht ihr diesen kleinen grünen Pfeil, jetzt können wir wählen, in welche Richtung wir gucken wollen und ich sag mal Richtung dorthin gucken. Das ist wichtig, weil wir, wenn wir vom Feind flankiert werden, wenn er uns angreift und er schlägt uns von hinten in die Nieren zum Beispiel, dann tut das mehr weh und kostet mehr Lebens- oder Ausdauerpunkte als ein Heap von vorne. Und mit Geld gilt das auch, wir stellen uns hinter ihn. Die Positionierung und Blickrichtung eines Charakters, Schlüsselelemente des taktischen Kampfes, Flankenangriff-Positionen, da ist man besonders anfällig gegen Angriffe, wir greifen den Gegner jetzt von hinten an, wählen die Fähigkeit Nahkampf und dann das Feld, auf dem wir angreifen wollen. Unten seht ihr die Liste der möglichen Aktionen, die, also im Tutorial ist das alles ein bisschen gescriptet, die Aktionen, die uns zur Verfügung stehen, das sind üblicherweise mehr, die sind dann gelb gehighlighted und je nachdem, welche von vier Klassen von Einheit man gerade steuert, sind dann auch verschiedene Spezialfähigkeiten, Spezialangriffe möglich und man kann sich später skillen. Also wenn man Erfahrungspunkte bekommt, ähnlich wie bei XCOM, bei jeder Klasse hat man zwei Fähigkeiten zur Auswahl, und bei jedem Stufenaufstieg jeweils eine der Fähigkeiten, die einem angeboten wird, auch das führt dazu, dass man einen gewissen Wiederspielwert hat, weil man verschiedene Kombinationen immer wieder anders ausprobieren kann und ja, erinnert auch, das erinnert ein bisschen an XCOM. Und das ist die Sache hier, angreifen, Schlagefeinde, drei bis sieben Ausdauerschaden. Schaut mal, es gibt zwei Balken oben, es gibt einen Lebensbalken, das ist der obere, hier weiß oder rot, und es gibt da drunter einen Ausdauerbalken. Das ist auch relevant und funktioniert ein bisschen anders als bei manchen anderen Spielen, also einmal zuschlagen und auf geht's. Wer greift, bestätigt das nochmal, das war deshalb wichtig, weil wir bislang quasi unter dem Radar der Leute liefen. Niemand hat irgendetwas gemutmaßt, dass von uns was Böses kommt. Jetzt lösen wir die Prügelei aus und jetzt kommt der wahre Rundentaktik-Kampf erst. Schon wird die Musik dramatisch, jetzt kommt Ellie dazu und hier wird es erklärt, dass manche Bewegungen halt automatisch mit einem Nahkampfangriff zu einer gemeinsamen Aktion verschmelzen. Wir nehmen sie, gehen auf diesen Befehl hier, gehen hier rüber, machen grün und wenn wir jetzt direkt mit aktiviertem Schlagbutton hier draufklicken, dann lösen wir nur einen Aktionspunkt aus. Ihr seht ja den grünen, das grüne Schild mit dem Würfel und der Prozentzahl. Leichter Zufallscharakter drin. Nicht alle, aber die meisten Angriffsaktionen haben eine Wahrscheinlichkeit, mit der sie erfolgreich sind. Hier ein solcher Schlag bei 70%. Diese Zielgenauigkeit kann man auch verändern, durch bestimmte Geschichten auch. Einmal rüber und zuschlagen bitte. Habt ihr gesehen, der blaue Balken, der wurde geringer. Hier wird es gerade erklärt, der Gesundheitsbalken oben, jetzt ist der rot, eben weil er noch weiß, jetzt sind wir im Kampf und der Ausdauer wird da drunter. Wenn die Gesundheit ausgeht, sind die Feinde tot. Klingt toll, wir wollen ja gewinnen, ist aber gar nicht gut, weil das dazu führt, dass die Polizei uns eher auf den Hacken klebt. Also in der Möglichkeit, die Leute lieber bewusstlos schlagen, auch das führt zum Spielerfolg. Hier zum Beispiel, dass wir die Juwelen rauben können, verhindert aber, dass wir den Ruf bekommen, dass alle Polizisten unbedingt auf uns aufpassen müssen beispielsweise. Also in Zweifelsfall lieber bewusstlos schlagen. Und das ist dann, wenn die Ausdauer auf Null geht, dann bleiben Charaktere so lange bewusstlos, bis wir entweder weglaufen, oder bis das Gefecht beendet ist, oder man kann auch auf die Bewusstlosen weiter draufschlagen, dann sterben sie aber in der Regel nicht ganz so clever. Es können auch eigene Einheiten als Supporter auftreten und können die heilen. Dann steigt der Ausdauerwert wieder an und dann können die auch wieder in den Kampf zurückkommen. Wir gehen rüber und machen das jetzt gleich noch ein zweites Mal. Gehen wieder auf den Schlagen-Button, dreschen wieder von hier zu und nochmal angreifen. Ausdauerbalken bei 6 runter. Jetzt muss ich eine Kleinigkeit kritisieren am Spiel. Eine Sache, die ich noch nicht so optimal gelöst finde. Die Feinde haben selber auch ähnliche Skills wie wir. Die funktionieren auch so. Und auch die haben spezielle Angriffe, Manöver oder Haltungen und so weiter. Und die ploppen auf mit einem Textfenster. Ihr habt es gerade gesehen. Also da hat man, wenn man das Spiel gut kennt, die Information, was gerade passiert ist. Aber es wird einem dann nicht detaillierter angezeigt. Und wenn bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel sowas wie ein wilder Stier, durch die Reihen der Feinden durchlaufen, wenn man das selber noch nicht kennt, wenn man selber diese Eigenschaft noch nicht freigeschaltet hat, noch nicht angewandt hat, man sieht die dann aufploppen bei einem KI-Zug, dann rätselt man so ein bisschen, was hat das zu bedeuten. Und das wiederum bedeutet auch, dass wir nicht genau wissen, wie können wir mit den Feinden am erfolgreichsten umgehen. Das ist so eine kleine Schwäche im Spiel. Finde ich zumindest. Es gibt Leute, denen ist das egal, die sagen, ich mag das sogar, wenn ich ein bisschen im Ungewissen gehalten werde. Das trägt zur Spannung im Spiel bei. Wenn du in einer Gruppe gegen einen einzelnen Feind kämpfst, haben wir viele verschiedene taktische Vorteile. Zum Beispiel Feind festhalten. Dann kann er sich nicht mehr bewegen, steht im Tooltip und ist durch weitere Angriffe verwundbarer. Das ist diese Fähigkeit festhalten. Das machen wir hier. Wir können noch angeben, von welchem Feld aus das wir machen können. Achtung, das geht nur von hinten. Als man von vorne steht und auf festhalten klickt, dann kann es in die Hose gehen, weil man dann am Feind vorbeiläuft und der einen Gelegenheitsangriff zum Beispiel hat und einen abstoppt. Wenn man durchlaufen will, dann geht das nicht. Also immer gucken, dass man sich gut von hinten nähern kann. Einmal hierhin festhalten klicken. Hierhin. Und das ist auch ein solcher Befehl, wo Aktion und Bewegung zusammenkommt. Und wenn jetzt Ellie zuschlägt mit einem gezielten, es steht da wirklich, tritt in die Eier. Ja, ist so. Es ist einfach so. Tritt in die Weichteile. Ein Angriff, der schnell für gleiche Verhältnisse sorgt. Tritt einem Feind in die Eier, um ihm Schaden zuzufügen und ihn zu desorientieren. Kann nicht von der Seite durchgeführt werden, nur von vorne. Desorientierte Einheiten verlieren ihre Kontrollzone. Das ist das, wo ich eben darüber gesprochen habe. Das ist die Zone, in der man Gelegenheitsangriffe durchführen kann gegen Leute, die versuchen, innerhalb der Kontrollzone sich zu bewegen. Verlieren die Kontrollzone, können also nicht mehr automatisch zuschlagen und verlieren den Großteil von ihrer Spezialfähigkeit. Die können ja nur noch solche Standardsachen wie Normalschlagen machen. Auf geht's! Aua wird im Chat kommentiert. Kann ich gut nachempfinden. Aber wir lassen ihr treten und lassen zugetreten werden. Sit the fuck down! Haben Gegenstände, die man aufsammeln könnte. Im Chat wird zurecht gesagt von Zukuka. Der schreibt das. Autsch tut beim Zuschauen schon weh. Mit WASD geht man rein. Mit Q und E drehen. Q und E genauso in so 40, in 4, 4 mal in 94 Grad Winkel. Genau wie man das von XCOM nennt. Auch da ein bisschen Kritik von mir. Es gibt mittlerweile Rundentaktik-Spiele, die lösen das anders. Da kann man nicht nur in 90 Grad Winkeln die Karte drehen, sondern ganz normal und frei. Finde ich persönlich besser und auch wenn es mal XCOM nicht ist, ich denke, das hätte man als Entwickler anbieten können. Da wäre man als Rundentaktik-Freund froh drüber. Wir ziehen hier rüber auf das Feld, bewegen uns hier hin. Achtung, habt ihr gesehen, die Zahl 3. Viele der Spezialangriffe oder speziellen Haltungen haben Cooldown dauernd. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Runden müssen ablaufen, bis man das wieder machen kann. Auf geht hier wieder rüber, bewegen uns hier hin. Wir müssen uns nur neben einen Gegenstand hinbewegen. Wir müssen nicht auf ihn draufziehen, dann können wir ihn einsammeln. Das können zum Beispiel Beweisstücke sein. Wenn wir eine Waffe liegen lassen und die Polizei kommen später, die Bullen, die Bobbys kommen später, das ist nicht gut, dann wissen die, wo die uns leichter finden können. All das sind Dinge, auch wie Juwelen, die wir einsammeln könnten. Einmal hier hinziehen, einsammeln bitte. So, und Geld automatisch aufgehoben, beziehungsweise Juwelen und eins weiterlaufen, hier nochmal was einsammeln bitte. Sure, whatever. What's that? Ellie ist dran und läuft jetzt ebenfalls dahin, wo man den Rest noch aufheben kann. Einmal hier hin. What's that? Ach du, da ist doch noch jemand. Der Ladenbesitzer kommt von hinten. Ich habe die Polizei gerufen. Sie wird jeden Moment hier sein. Nach dem Motto, die Polizei kommt. Liebe Verbrecher, bleiben Sie lieber stehen, damit Sie in Ruhe erwischt werden. Glaubt bloß nicht, aufgrund meiner Warnung jetzt schnell flüchten zu müssen. Bleibt lieber stehen. Okay, er ist im Stresszustand. Ich glaube, ich hätte, vielleicht will er auch verhindern, dass Sie sich auf ihn stürzen und ruft das deshalb rüber. Oder er glaubt, dass Sie jetzt vollkommen verschrocken die Juwelen fallen lassen und, ja, und dann einfach so abhauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verdammte, der Besitzer ist noch immer hier. Wir müssen uns auch um ihn kümmern. Wir haben geschmuckt, genug Schmuck. Hauen wir ab, Ellie. Angreifen oder abhauen? Er rennt auf den Zug. Habt ihr gesehen? Der Schlag ist daneben gegangen und er hat eine Waffe. Er hat einen Hammer in der Hand. Damit schlägt er zu. Das ist natürlich richtig, richtig heftig. Hört der Wind da runter. Da kommt schon die Polizei. Da kommen die Sirenen und nähern sich. Kontrollzone hatte ich eben erklärt. Das ist diese Zone hier mit den roten, comic-artigen Sternensymbolen und der weißen Faust dazwischen. Charaktere können zwar eine Kontrollzone betreten, sind dann dabei den Kampf verwickelt. Wenn du dich innerhalb der Kontrollzone bewegst oder dich versuchst, aus ihr zurückzuziehen, erhält der Gegner einen kostenlosen Nahkampfeangriff. Hat der Angriff Erfolg? Also wenn er auf dich drauf, diesen kostenlosen Nahkampfeangriff, der erfolgreich war, dann bricht die eigene Aktion ab. Dann kann man nicht weggehen. Deshalb zum Beispiel so Sachen wie, was ich eben erklärt habe, sich hinter einem buxieren, um ihn festzuhalten. Das kann ganz übel enden. Also, was wir jetzt machen, wir versuchen abzuhauen. Wir rennen hier unten hin, ziehen hier hin und schauen mal, ob wir abhauen können. Und ihr seht die beiden roten Fäuste, das sind zwei Gelegenheiten für unseren Feind. Zwei Positionen, wo er nachher uns schlagen kann. Wenn einer der beiden Angriffe, der Gelegenheitsangriff, erfolgreich war, dann können wir nicht stiften gehen und außerdem verlieren wir Ausdauerpunkte. Einmal zugeschlagen und erwischt. Dieser Hammer. Der Hammer ist echt ganz schlimm. Wir haben keine Waffen. Wir können später im Laufe des Spieles Waffen bekommen. Die können wir kaufen oder erbeuten oder wie auch immer. Noch haben wir keine. Wir müssten ihn unbedingt entwaffnen. Na, Kampfwaffen sind wesentlich gefährlicher als die bloßen Fäuste. Wenn du dich in einer kniffligen Lage befindest, solltest du versuchen, dem Gegner seine Waffe abzuluchsen. Wähle die Fähigkeit entwaffnen. Hier ist sie. Einmal entwaffen. Und wir versuchen sie ihm abzuringen. Hoffentlich klappt das. Ja, wir haben sie ihm weggenommen. Jetzt ist es unser Hammer und jetzt können wir kräftig zuschlagen. Du kannst die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen. Einige Fähigkeiten können beispielsweise nur neben einer Wand oder neben einem Tisch eingesetzt werden. Hier die Fähigkeit Kupferattacke zum Beispiel. Knalle den Kopf eines Feindes gegen ein hartes Objekt, um ihm Schaden zuzufügen und ihn zu desorientieren. Ihr erinnert euch, desorientieren, Kontrollzone weg, keine Gelegenheit zu angreifen, Spezialfähigkeiten und seien des Feindes nicht mehr möglich. Und ja, so sieht das aus. Wir versuchen das. Und das, Achtung, das ist jetzt, ich hab's schon mal gespielt, dass du da nichts für zart beseitete. Wenn ihr das bislang brutal fandet, wenn kleine Schwestern, kleine Brüderlein neben euch sind, Augen zuhalten oder kurz aus dem Raum schicken. Oder kurz so billige Tricks machen, wie zum Beispiel, guck mal, da vorne fliegt der Osterhase. Irgendwas versuchen, das wird jetzt echt, echt heftig, Leute. Das wird jetzt echt unangenehm. Das tat weh. Wir müssen abhauen. Ziel ist, Polizei ist eingetroffen, der Bobby kommt herangeflogen. Immer lauter im Hintergrund, die Musik. Wo ist er denn? Da vorne ist er, er ist angekommen. Einer, Gott sei Dank, nur einer. Ein Straßenpolizist, auch mit Trefferbalken, Lebenspunkten, auch mit Ausdauerbalken. Wir können ihn zum Kampf stellen, wir können auch einfach versuchen, abzuhauen. Und ihr seht links oben, ihr seht links oben, die Missionsziele, die wir haben. Töte niemanden, steht meistens, aber nicht immer da. Verlasse den Schauplatz, hebe Gegenstände auf, die du hast fallen gelassen. Beweisstücke einsammeln. Es wird auch im Tooltext erklärt, kann sich überrechnen. Wir nehmen uns die Zeit, noch ein Beweisstück mitzunehmen, auch wenn der Bobby sich da nähert. Wir rennen mit Ellie hier vorne hin, sammeln das ein. Achtung, wir achten drauf, falls der Bobby kommt, dass wir mit dem zweiten Klick zu ihm hingucken, damit er uns nicht in die Nieren schlagen kann, von hinten. Du musst nicht sagen, du musst mich zweimal erzählen. Automatisch aufgehoben, stehen dort. Brieftasche aufgehoben, weil da ist unser Ausweispapier drin. Das wäre doof gewesen. Wir hätten die Brieftasche fallen gelassen. Wie doof, das gibt es ja gar nicht. Gibt es einen Hinterausgang? Gucken wir gleich mal. Bewege einen Charakter zur Ausgangszone und wähle die Fähigkeit Flucht, um abzuhauen. Hier hinten, da müssen wir hinrennen, Leute. Go, go, go. Wieder ist Ellie dran, später in den nicht geskripteten Nicht-Tutorial-Missionen. Da haben wir die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Figuren unseren Helden, unseren Gangstern, frei zu wechseln, eine Aktion mit dem zu machen, ein Aktionsprogramm mit dem anderen, einen anderen. Hier ist das geskriptet. Wir hauen ab. Wir rennen zu dem Feld und machen erster Klick auf das Feld, zweiter Klick zu uns hin. Wir wollen ja, dass die zu uns hinguckt, weil sie dann auch zum Bobby hinguckt. Sicher ist sicher. Und er rennt auch weg. Das ist ja ein feiner Bruder. Nate lässt Ellie im Stich. Rennt weg. Mensch, Nate. Das soll der große Bruder, vielleicht ist es der kleine Bruder, vielleicht ist er einfach gewohnt, dass sie ihn immer beschützt. Jetzt kommt der Straßenbulle rein, der Bobby, drischt drauf, verfehlt sie, aber sie hat nicht mehr so viele Ausdauerpunkte. Insgesamt aber viel mehr, mit viel mehr gestartet als er. Und jetzt rennen wir weiter. Wir können einen Aktionspunkt ausgeben, um eine bestimmte Haltung, eine Fähigkeit einzusetzen, gefasst. Das ist die deutsche Übersetzung, vielleicht ein bisschen komisch gefasst, vielleicht eher sowas wie auf der Hut oder sich sammeln, wäre glaube ich die bessere Übersetzung. Also wir fassen uns, wir sammeln uns mal einen Moment. Was passiert dann? Mehrere Dinge. Wir regenerieren drei Ausdauerpunkte. Das ist nicht ganz so viel, unterlagen zwei Ausdauerrüstungen. Ich weiß noch nicht genau, wie Ausdauerrüstung funktioniert. Ich habe das eine Weile gespielt, ich habe es noch nicht genau kapiert. Ich vermute mal, dass die Anzahl feindlicher, die Anzahl der Ausdauerpunkte, die man kassiert, die man verliert, bei einem feindlichen Angriff reduziert wird, durch die Anzahl der Ausdauerrüstungspunkte, die man hatte. Mutmaße ich, das ist üblicherweise bei solchen Spielen der Fall. Das mindestens so wichtig ist, aber schaut mal, ignoriert bei Aktivierung die feindliche Kontrollzone bis zum Beginn der nächsten Runde. Ellie hat zwei Aktionspunkte. Erste Aktionspunkte, sich sammeln. Kontrollzone beim Bobby jetzt weg. Er kann nicht mehr nach ihr schlagen. Und jetzt haben wir noch einen Aktionspunkt übrig und jetzt können wir abhauen, ohne dass wir einen Gelegenheitsangriff von ihm bekommen. Ellie, lauf! Lauf, Ellie! Nate bleibt übrig, versteckt sich hinter den Schultern seiner Schwester. Kein Kommentar dazu. Und er kann ebenfalls schon mal stiften gehen. Sie hält ihm den Rücken frei. Los, hau ab, schnell! Jetzt müssen wir mit Ellie auch noch abhauen. Fähigkeit Flucht müssen wir noch aktivieren. Danach kann nicht mehr verletzt werden, kann keine Schäden mehr leiden. Er kann aber auch den anderen nicht mehr helfen. Ellie ist jetzt auch alleine auf sich gestellt. Nate ist ein richtiger Ritter. Der Bobby rennt hinterher. Oh Gott, er hat sich was geschnappt. Was war denn das? Irgendein Gegenstand, der da lag? War das ein Tablett? Irgendeine Waffe? War das... Ich glaube, das war ein Gebrauchsgegenstand. Irgendwas, was da lag. Damit hat er eher gedroschen oder geworfen. Wir können wieder abhauen. Die Fähigkeit gefasst hat einen Cooldown. Wir können das kein zweites Mal machen. Wir müssen abhauen und hoffen. Hoffen, dass wir überhaupt rennen können und dass er nicht hinterher rennt. Das wäre kein Gelegenheitsangriff. Ellie, gib dein Bestes. Hoffentlich klappt das. Abgeschlossen geschafft. Nate haut ab. Ellie als nächstes. Total geschafft. Jubeliershop. Rein. Wertung hervorragend. Wir werden gefeiert. Okay, war jetzt nicht die sensationelle Leistung, aber wir haben das hinbekommen. Sehr schön. Das ist die Auswertung. Die Humpen werden geschwungen und ich befürchte, ich befürchte, es ist genau das in den Humpen drin, was ich als Auto eng, nämlich lauwarmes Bier mit einer dünnen Schicht Schaum oben drüber. Halt das, was der Londoner gerne in sich rein kippt und was er vermisst, wenn er auf dem Kontinent ist. Was wir selber mehrheitlich grauenvoll finden. Ab zum Hauptquartier. Our tomfoolery at the Jewellers went without a hitch. Nate kept rabbiting on how I shouldn't get too giddy about it. I figured if we do a job like this once or twice a year, we'd be living like their royal fucking majesties of East End. Then again, we still had to get shot at the sparkles. The best we could hope for was fencing them for tuppence on the shilling. So, Nate gave a bell to a few old mates of his. He smiled and said, why settle for East End when we can have the whole of London? Nate trusted his pals with the gems. And they promised to knock on some doors for us in return. The local establishments ought to purchase their peace of mind from our newly founded Alienate Insurance and Protection Limited. Getting a one-time pop was a start. But if we want to do this proper, we need the velvet rolling in regular. So, das hab ich mal nicht vorgelesen. Ihr konntet es lesen. Vor allem diesen dreckischen, diesen dreckigen Sound, diesen Londoner lokalen Sound, den wollte ich euch lassen. Denn es ist schon, das klang schon sehr, sehr originell fand ich. Nächster Schritt. Schaut mal unten in die Mitte des Bildschirms. Wir haben drei, das ist der strategische Modus, zwischen den Runden Taktik Aktionen. Das läuft tageweise. Schaut mal aufs Datum. Unten rechts zu sehen. Wir haben den 1. Juni 1964. Das ist der Beginn. Und wir haben drei verschiedene Reiter unten. Karte. Da sind wir gerade. Das ist der Überblick über die Karte. Und London ist unterteilt in Bezirke. Ganz rechts zu sehen, die Crew. Wir heuern Leute an. Im Augenblick sind unsere Twins, die Zwillinge, zu zweit. Logisch. Wir brauchen immer noch mehr Leute. Viele Kämpfe. Lieber durchführbar mit ein paar Leuten mehr als nur zwei. Außerdem können wir auch mehrere Leute, wenn wir mehrere haben, getrennt auf unterschiedliche Missionen schicken. Um zum Beispiel Dinge zu kaufen oder um Schutzgeld zu erpressen, um Überfälle zu begehen, um fremde Bandenverstecke auszuheben oder was auch immer zu machen. Des Weiteren in der Mitte, Hauptquartier, das ist die allgemeine Verwaltung. Da können wir unsere Ressourcen uns anschauen, gucken wie das Ganze läuft, unser Geld zählen und Planung machen und so weiter. Und die Karte ist unterteilt in verschiedene Distrikte. Wir starten hier im East End, ganz im Osten von London. Können allmählich immer mehr von den anderen Regionen freischalten. Oben in der Bildmitte schaut mal hier, da seht ihr dieses Feuersymbol. Das ist der Druck, der zeigt an, wie sehr die Polizei hinter uns her ist und immer dann, wenn wir eine Stufe weiter sind, wenn wir das Aufsehen der Polizei erweckt haben, deren Interesse geweckt haben, gibt es halt einen neuen Effekt und das muss nicht unbedingt der schönste und der beste sein. Es gibt aber Möglichkeiten, den Druck zu senken. Das schauen wir uns später an. Dann seht ihr rechts oben noch das liebe Geld. Wir haben gerade Geld erbeutet. Noch haben wir keine Mitarbeiter angeheuert, das machen wir noch und das geht kleinbürgerlich zu bei uns. Die bekommen ein Gehalt. Die bekommen ein Gehalt. Wir müssen wirklich den Leuten, den Gangster, den wir anheuern, jeden Monat, die stellen uns einen Lohnzettel aus oder wir denen, die bekommen für uns Geld und das sind unsere Unkosten, das müssen wir dann wieder erwirtschaften. Und dann rechts oben eine andere Ressource, Einfluss. Eine der beiden, eine der beiden virtuellen Ressourcen im Spiel, die nur offizielle Währung der Kriminellen gefallen sich erweisen, Druckmittel zur Nötigung, Drohungen und so weiter, Ausrüstungsgegenstände zu bekommen, bessere Orte freizuschalten, Missionstypen und so weiter. Das läuft über Einfluss und Respekt gibt es auch noch, das schauen wir uns später an. Erster Schritt ist erstmal, wir heuern jetzt eine Crew an. Hier unten gehen wir hin, hier wird es nochmal erklärt, ein Raub, ein Raub ist eine Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen, aber keine nachhaltige Einkommensquelle, hat nur eine einmalige, der Aufbau eines Imperiums, kleiner machen wir es nicht, wir wollen ein Gangster-Imperium errichten, erfordert Einfluss, Einfluss erfordert Personal, Personal kostet Geld und so weiter. Um das Geld aufzubringen, brauchen wir wieder mehr Einfluss, so beißt sich die Katze in den Schwanz, heuere vier Crewmitglieder an und bezahle sie mit den erbeuteten Juwelen. Das sind unsere Ziele im Moment. Es gibt natürlich die Möglichkeit für uns, das ist eine Kampagne, die individuell ein bisschen anders loszuspielen, so wie wir es gerne hätten, aber die Story dahinter, die ist geskriptet und wenn man in bestimmten Dingen vorankommt im Spielen, also wenn man erfolgreich spielt und in bestimmte Missionen abschließt oder von einem Viertel zum anderen geht, dann hat man nicht nur Erfolg und baut eine größere Gang auf, sondern schaltet auch weitere Elemente in der Story frei, die erzählt wird. Als nächstes gucken wir uns jetzt die Crew an. Aktuelles Ziel, anheuern unsere ersten Gangmitglieder, Crew-Ansicht. Vier Typen von Gangstern gibt es, ist oben links farbig markiert, Violett, dann, ich weiß nicht, oder Lilla sagen wir mal, das ist dunkelblau, ich denke, das ist Violett, das behaupte ich mal, ist Petrol, The Fox, das Rote, und das Hellgrüne. Das sind die vier unterschiedlichen Klassen, die es im Spiel gibt. Manchmal werden einem zwei verschiedene von derselben Klasse angeboten. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn man die ein bisschen mischt und die haben, je nachdem welche Klasse, sie haben unterschiedliche Werte in fünf Kategorien, in Gesundheit, Ausdauer, Einschüchterung, Zielgenauigkeit und Bewegungspunkten. Und sie haben, hier seht es in dieser Spalte hier, bis zu acht verschiedene XP. Stufen XP bekommen wir durch erfolgreiche Missionen, und zwar die Leute, die an den Missionen auch beteiligt sind. Also nicht die, die gerade im Hauptquartier sind, sich die Wunden lecken oder auf der faulen Haut legen, sondern nur die, die auch wirklich was machen. Damit schalten wir eine weitere Stufe frei und haben dann die Wahl zwischen einer dieser beiden Spezialfähigkeiten, die einem dann angeboten werden. Das geht bis zur Stufe der Chef runter. Und es kostet halt Geld die ganze Zeit. Im Augenblick ist unsere Crewgröße auf vier beschränkt. Wenn wir erfolgreich spielen, bekommen wir halt mehr Respekt, mehr Einfluss und was weiß ich und können weitere Slots freischalten. Das ist die Klasse. Türsteher ist die eine Klasse hier. Vier Klassen, unterschiedliche Farben. Das ist unser Ansehen. Wir können vier Crewmitglieder im Augenblick anheuern. Im Laufe der Zeit werden es mehr. Und wir werden als erstes, das ist die Vorgabe des Spiels in der Story, vier Crewmitglieder anheuern. Jede Rekrutierung kostet zum einen einmalig Geld und zum zweiten monatlich ein Gehalt. Vier Leute, heuern Sie. Die erste haben wir gerade schon angeheuert. Das war sie hier, der Türsteher, The Fox. Da können wir, glaube ich, gerade gar nicht gucken gehen. Nee, das war nicht The Fox. Ich gehe mal eins zurück. Mal gucken, ob das klappt. Geht nicht. Werde ich euch gerne gezeigt. Das war Türsteher. Das nächste ist die Klasse Folterknecht. Klingt schrecklich und ist auch nicht so schön. Ein Folterknecht zur Auswahl. Spitzname The Fox, der Fuchs Dick Murphy. Und Folterknechte, Experten, wie das erzeugen, bestimmter Statuseffekte an Feinden. Klingt sehr abstrakt. Augen, Knie, Weichteile sind selten sicher, wenn Folterknechte in der Nähe sind. Echte Sympathieträger. Auf unserer Seite wertvolle Mitglieder. Man möchte nicht unbedingt, dass man ihnen auf Seiten der Gegner allerdings begegnet. Und die beginnen mit diesen beiden Aktionen hier. Du und kann Feinde in Panik versetzen und Stuhlschlag. Falls ein Stuhl neben uns steht, Feinde über den Kopf ziehen. Feind kann eventuell desorientiert werden. Wir heuern The Fox an. Jetzt haben wir zwei zur Auswahl. Zwei Hirne. Bessere Übersetzung wäre wohl das Gehirn. Entweder Ballet oder Shaggy. Aber wisst ihr was? Da schauen wir uns. Auf Twitch geht es weiter. Auf YouTube sage ich das mal im zweiten Video an. Nochmal der Hinweis, falls euch das Spiel interessiert. Auf Twitch wird der Link gepostet auf YouTube steht in der Textbeschreibung. Ich habe einen Shop-Link auf Gamesplanet. Da bekommt man das Spiel billiger. Und ich habe einen Gutschein-Code, durch den man das Spiel noch ein bisschen billiger bekommt, zeitlich befristet, bis über den Daumen. Ende August. Dabei gilt, ich verdiene ein bisschen mit auf Kosten des Shops, nicht auf eure Kosten. Kein grauer Markt, legale Quelle. Key wurde gekauft von Gamesplanet direkt beim Publisher. Und wir spielen noch ein bisschen weiter.